Donald Trump und Melania wurden heimlich gegen Corona geimpft bereits im Januar der ehemalige US-Präsident Donald Trump, 74, und seine Ehefrau, Melania Trump, 50, ließen sich kurz vor dem Verlassen des Weißen Hauses im Januar gegen Corona das melden. Zumindest die renommierte die New York Times und der TV sind, dass sie in einer Unterberufung auf einen engen Trump demnach bekamen beide zumindest die erste Dosis des Impfstoffs, bevor sie den Präsidenten amtsitz vor der Amtseinführung von Präsident Joe Biden, 78, Donald und Melania Trump waren im vergangenen Herbst an Covid-19 erkrankt. Der Ex-Präsident musste deswegen sogar im Krankenhaus behandelt werden. Donald Trump war von 2017 bis 2021 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Amtszeit endete an... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020